Ich kann ja nicht erkennen. Ich sehe ja nicht. Du kannst gerne mal randeln. Gehen wir in das Auto. Die ist im März. Ist doch dunkel. Ja. Kleine Haufen machen. Kleine. Lass den Monty rückwärts an, oder wie? Ja. Okay, jetzt habe ich den verstanden. So. Jetzt bis hierhin schleppen wir ja Blüten, oder? Wo ist er denn? Ach guck mal, ein Kreuz da oben. Ja. 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 .